Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen Rossmann Haul. Ich war Ende September im Rossmann und wollte eigentlich gucken, ob die eventuell schon einen neuen Aufsteller haben, denn ja alle so drei bis vier Monate kommt da bei Rossmann ein neuer Trendaufsteller raus mit dann Saisonprodukten quasi. Und ich habe jetzt auch schon Bilder gesehen, dass es wohl jetzt einen neuen geben soll. Wie gesagt, es ist für mich noch September. Heute ist der 30. für mich. Ihr werdet das Video aber erst, ich denke, Mitte, Ende Oktober irgendwann sehen. Und ja, deswegen habe ich leider noch nichts ergattern können aus dem Aufsteller. Ich denke aber dann, dass ich jetzt im Laufe vom Oktober quasi schauen werde nach dem Aufsteller. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles so reinkommt. Und jetzt würde ich einfach sagen, starte ich aber mit dem Rossmann Haul. Ich habe so ein bisschen was trotzdem gekauft und ja, habe auch ein paar Kerzen, die ich euch am Ende zeigen möchte. Und ich habe auch noch zwei Produkte von Müller, die ich euch auch zeigen möchte, weil ich habe nicht vor, jetzt nochmal in Müller zu gehen. Deswegen dachte ich einfach, zeige ich die noch schnell mit in diesem Video und ich starte einfach mal. Warum ich eigentlich in Rossmann wollte, war wegen diesen Netzbällen hier. Das sind die Feuer Beauty Netzbälle. Die benutze ich immer zum Duschen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich habe momentan von der Stefanie mal bekommen, so einen kleinen pinken und ich mag das einfach nicht. Also ich brauche hier diese großen, weil ich einfach finde, dass die schön das Duskel aufschäumen. Die halten auch die Feuchtigkeit vom Wasser sehr gut und somit schäumt das einfach gut auf. Die kosten ja 99 Cent, also nicht ganz so günstig. Die haben mal, glaube ich, nur 69 Cent oder so gekostet. Aber ich kann einen für einen Monat benutzen und dann wechsle ich die einfach aus. Kann man rein theoretisch auch mit waschen. Meine sehen aber dann schon sehr kaputt und zerfleddert aus. Deswegen tausche ich die meistens aus. Dann gab es bei mir eben noch den alten Trendaussteller. Der war aber schon reduziert. Deswegen war mir fast bewusst, dass es bald einen neuen geben wird. Und da habe ich noch dreimal diese Isana Aloha Hawaii Augenpads mitgenommen, denn ich finde die richtig gut. Die waren reduziert auf 59 Cent. Ich werde die Preise euch aber einblenden. Und deswegen habe ich die dreimal noch mitgenommen, weil ich die wirklich gut finde. Das sind halt wirklich Augenpads aus so einem Tuchmaskenstoff. Und ich finde das super angenehm. Die kann man auch mehrmals benutzen. Und ich habe die aktuell noch siebenmal da und jetzt habe ich sie noch dreimal mitgenommen, weil die ja eben nur limitiert quasi erhältlich sind. Dann einmal von Palmolive ab das Duschgel mit Eukalyptus und Apfelduft. Das fand ich sehr interessant. Da gibt es drei Sorten. Es gibt dann noch pink, meine ich, und orange. Ich habe mich jetzt aber für den entschieden, weil ich erstmal schauen wollte, wie die so von der Duftintensität her sind. Und das ist jetzt eine Tube aus Zuckerrohr. Finde ich super interessant. Und ich habe mich eben für die Variante entschieden, weil ich Apfelduft sehr gerne mag. Und Eukalyptus eigentlich auch. Also so frische Düfte. Und ja, es riecht auf jeden Fall auch gut aus der Packung raus. Ich bin sehr gespannt, wie es dann unter der Dusche schnuppert. Und das werde ich auf jeden Fall testen. Und dann habe ich noch, auch reduziert aus dem Aufsteller, eine Fußmaske mitgenommen von Fußwohl. Die Cooling Fußmaske in Socken. Die mochte ich ja auch sehr gerne. Und deswegen habe ich gedacht, okay, für 1,70 Euro nimmst du die nochmal mit. Spendet Feuchtigkeit und kühlt. Mit Pfingstrosenextrakt. Pfingstrosenextrakt. Ich fand die sehr gut. Ja, deswegen für den Preis dachte ich, okay, kannst du die nochmal mitnehmen. Und dann ganz schnell die zwei Sachen aus Müller. Und zwar war ich ganz kurz bei Müller. Ich habe nicht bedacht, dass das bei uns in Baden-Württemberg, also ich wohne in Baden-Württemberg, der erste Schultag war. Und in Müller war die Hölle los. Deswegen habe ich ganz schnell nur nochmal zweimal die Lemon Cupcake-Maske gegriffen und bin wieder raus. Zitronen- und Vanilleextrakt, Tonerde, Scherbutter und Zitronen-Cupcake-Duft. Die kosten ja jeweils 40 Cent. Und ich finde die halt wirklich, wirklich gut. Deswegen durfte die nochmal zweimal mit, weil ich Angst habe, dass die jetzt auf den Winter wieder rausgeht und was anderes reinkommt. Und dann habe ich eben bei Rossmann noch drei Kerzen mitgenommen, die jetzt auch aktuell quasi neu reingekommen sind. Und zwar von Dufti by Gies. Einmal der warme Apfelkuchen. Das ist eben so ein Duftglas. Also ja, das riecht auch ganz gut. Ich muss sagen, wenn man quasi normal dran riecht, riecht man nicht ganz so viel ab und man kann diese Kerzen rausholen. Und ich finde, wenn man dann dran riecht, riecht es ultra intensiv. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die so sein werden. Ich hatte ja Anfang des Jahres eine von der Doreen bekommen mit Vanillitzucker-Duft. Die fand ich nicht ganz so gut. Aber ich hatte schon öfters diese Kerzen vor ein paar Jahren und fand die eigentlich immer ganz gut. Dann habe ich einmal noch Apfelzimt mitgenommen. So ein Standard-Winterduft, sag ich mal. Dufte einmal noch mit. Und einmal die Variante Blaubeere Crunch. Fand ich auch sehr interessant. Und ja, bin ich gespannt, wie die so sind. Und wie gesagt, normalerweise bekommt man die hier aus diesen Gläsern raus, weil das eben so ein spezielles Wachs ist. Und dann kann man besser dran riechen. Ja, sollte man natürlich nicht beschädigen. Aber zum dran riechen finde ich das super. Und die riechen alle drei toll. Deswegen habe ich alle mitgenommen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie viel die gekostet haben. Müsst ihr jetzt auf den Kassenzettel schauen. Blende ich euch ein, wenn ich den Kassenzettel noch habe. Aber ich glaube schon. Und genau, das war es auch schon, was ich bei Rossmann und bei Müller mitgenommen habe. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Ich habe, wie gesagt, nicht mehr gefunden. Und ich denke aber, dass ich, wie gesagt, im Laufe von Oktober auf jeden Fall in dem Aufsteller shoppen werde. Das werdet ihr dann im November sehen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch, wie gesagt, dieses kleine, aber feine Video gefallen hat. Und ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020